Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zurück bei Imperium Galactic Survival. Mit dabei ist wieder Onkel. Hallöschön. Und der Galax. Jo, hallo Leute. Ja, mein Lieben Freund, ich bin ja im letzten Part unter die Erde, wollte ich mal. Bin irgendwie, weiß ich nicht, im Nix gewesen. Unter die Erde. Dann bin ich wieder gespawnt, bin also raus aus dem Game, kam wieder und es hat mich fast auf die andere Seite des Planeten geportet. Sehr, sehr nett von den Spielmachern. Jetzt kann ich wieder 600 Meter zur Basis laufen und ich war ja fast davor. Ich hatte mich gerade so gefühlt wie bei GTA 5 Online. Nie beendet. Genau. Der mein kleiner Marathon. Also das Ressourcenabbauen bringt gut Level. Ja, das sag ich euch. Und noch was. Ich hab aber leider keine Waffe, um mir Ressourcen abzubauen. Und du hast nur 30 Munition. Dann bau dir doch einfach eine. Aber schön, dass du unser Bauingenieur bist. Wie heißt das? Das ist egal. Das kann jeder bauen. Also ist es egal. Okay, was wollte ich noch sagen? Die Ressourcen, meine lieben Freunde, die ich gesammelt hatte über die Wege jetzt, sind noch... Nein, die hab ich noch. Ach gut. Und auch die Drohnenplünderung und das Magnesium 319. Bis jetzt ist es okay. Ich hab das Problem... Dann ist es ja egal. Dann musst du einfach nur zu uns kommen und dann ist es nie passiert. Das Schlimmste ist, nur wenn ich jetzt wieder davor stehe und wieder abschmiere. Wo stehst denn du davor? Ja, ich komme jetzt gerade zur Basis. Kann ja sein, dass... Ich bin ja gerade auch genauso wie jetzt auch dahin gelaufen. Und auf einmal war da ein Loch. Einfach so ein Loch. Kannst du alles in meinem Video sehen? Ist aufgetaucht. Ich hab den Himmel, auf einmal wurde der Planet immer kleiner. Und ja, ich war im Nix. Das wurde nicht programmiert. Ich war in der, ja, in der Backstage-Bereich von dem Game. Das Loch ist einfach gegen dich gelaufen. Und du bist reingefallen. Genau, ich will... Ich hab mich im Backstage-Bereich mir genauer angeguckt von dem Spiel. Oh, herrlich. Ja, ich sehe da hinten die Waffenfabrik. Die wird ordentlich bedient. Da fliegen ganz viele Drohnen. Auf jeden Fall braucht jeder von uns 200 Munitionen, damit wir was reißen können. 200.000. Nee, 200. Weil 200.000... 200 haben wir aber kein Material dazu. Ich hab doch Magnesium. Echt nicht? Was brauchen wir denn? Magnesium. Und ich bringe doch gerade... Ja, Magnesium... Metallstücke. Metallstücke. Metall? Also Eisen. Ja, du musst... War und? Eisenstücke. Ja. Kupfer hab ich gefunden. Sehr schön. Also müssen wir mit dem Ressourcen und Munition, was wir haben, dahin. Und dann, weil du kriegst nämlich jetzt auch von den Viechern jetzt Munitionen. Ich hab nämlich 100 bekommen. Ja. Und deswegen mach ich mir keine Sorgen. Wir schaffen das. Wir gehen da gleich zusammen hin. Jo, wir schaffen das. Achso. Ich muss mich aber erst heilen, weil... Ja, ich hände. Das war's. Wie sollen wir dich denn heilen? Ja, der Onkel hat doch bestimmt einen Heilfachheater drin gehabt. Komm zur Basis. Tu dich umbringen. Komm wieder zurück. Hast du voll. Da tun wir doch jetzt kein... Nein, nur halb voll. Bei sowas tun wir doch jetzt keine Medizinverschlendung. Wir haben hier zwei Medizinbewerber. Verschlendern. Das ist doch Quatsch. Ja, nimm ich. Nö, nimmst du nicht. Ich finde das auch scheiße, dass die Korndocks nicht heilen. Da kannst du essen und dann normalerweise heilt man sich ein normaler Mensch. Du kommst hier in die Basis, du tötest dich und dann haben wir das Zeug hier rumstehen und dann kommst du einfach rein. Ja, dann habe ich immer nur halb voll. Das ist ja genauso wenig. Was? Wenn man stirbt, ist man doch nur eine halbe Lebenssynergie gekommen. Du hast acht'n so'n Scheiß. War doch die ganze Zeit so gewesen. Ist das jetzt neu, oder? Weiß, wie war denn das? Keine Ahnung. Bist du schon gestorben? Weißt du das? Ich? Ich weiß. Warte, du. Warte, ich mach's gerne. Warte, ich hab damit kein Problem, mich mal kurz sterben zu lassen. Moment. Ich bring mich schon gleich um, aber ich bin gerade im Wasser und ich wollte erst mal zur Basis kommen. Hast du jetzt umgebracht? Bist du sicher, dass du das tun möchtest? Der Onkel ist. Hast du deine Klamotten auch irgendwo hingelegt erst mal? Der Onkel ist frustriert und er fängt jetzt wieder bei Level Null an. You are dead. So. Und jetzt? Ach, du bist Vater? Herzlichen Glückwunsch. Äh, da. So. Und ich habe, nee, ich hab wirklich bloß halbe Energie. Aha. Aha. Ja, das wusste ich nicht. Jetzt hast du deine volle Lebensenergieleiste geopfert, oder? Ja, da. Onkel, das wäre... Ja, ich kann halt doch diese Karmstation nicht bauen. Geht halt noch nicht. Macht ja nichts. Ja gut, dann kriegt er dann doch das Medi-Ding eins ab. Und du auch eins, ja. Dann läuft der Hase. Und dann kaufen wir uns bald wieder ganz wieder neu. Hallo Onkel, schön, dass du da bist. Oh nein, warte, warte. Wo ist das hin? Ja, hinter dir. Dann nimm, nimm du. Was ist das hier für eine rote Tasche? Ist das hier der... Der Merzweckkoffer? Ja, danke. Medi-Cat Klein. Du hast Medi-Cat groß genommen, ne? Ne, ich hab alles auch Medi-Cat Klein. Und rein damit. Uiuiui, oh, es geht ein bisschen voller. War zwar nur ein bisschen, aber okay. Äh, Gabax, wo bist du? Ja, ich hab gerade... Okay, Onkel, wo kann ich dir Ressourcen reinschmeißen? Hier bitte rein. In die Basis sieht cool aus. Hier? In den großen... Konstruktor. Okay, packe ich rein. Ich packe mal alles rein, was ich hab. Ja. Kannst du gucken. Ich hab hier jede Menge, äh, Stahlplatten, Stahlplatten, Kabel, ein Steuergerät hab ich. Und wenn du das Zeug hast, dann tu doch gleich mal dieses Ding bauen, bitte. Diesen Terrain, äh... Ne, was war das, was ich gesucht hab? Äh, was ich brauch? Ah, diesen... Äh, Zerlege-Reparaturwerkzeug. Genau, Zerlege-Reparaturwerkzeug und gleich mal noch bitte in Munitionspacken dazu, mach so ein Grün aus. Natürlich, verdammt Verladung, ne? Zwei wenigstens. Ja, mach ich zwei. Ist doch kein Problem. Ähm, hast du eigentlich Kobolderz schon gefarmt? Gefarmt hab ich's nicht, aber gefunden hab ich's. Ja gut, dann baue ich jetzt erstmal noch mehr ab hier. So, Onkel, dein Werkzeug, Material und alles, was dazugehört, befindet sich in diesem Generator. Hier, du hast den... Zerlege hab ich gewonnen. Ja, da ist er drin. Yeah, Zerlege-Reparaturwerkzeug. Und ein Scharfschützengewehr kann ich jetzt bedienen hier. Und das ist jetzt aber... Es gehört dann jede Verdammtverladung in jedes? Also ist das jetzt bloß noch eine? Äh? Ne, also du hast mir die falsche Verdammtverladung jetzt gerade gebaut, lieber Rewano. Echt? Ich brauch die grüne. Oh. Ja. Ja, aber dann lass mich nochmal dran. Ich hab die andere jetzt rein, das ist eine für dich, glaube ich, die blaue. Ja, sechs Stück. Oh, dann hab ich jetzt elf. Da kann ich ja buddeln, dass ich... Ah, stopp, ich würde ja... Nee, lass mir mal noch drei oder mal der Hälfte drin, weil ich will mir ja auch so ein Ding... Ich will auch ein bisschen laddeln. Wie geht das nochmal? Wie kann ich das nochmal zerhacken? Ah ja. Das sollst du nicht zerhacken. Hast du Eisen auch schon gefarmt, ja, ne? Ja, äh, nee. Wir wollten... Nee, was denn noch? Erstmal, wir haben noch 152 Eisenbahnen drin und das andere war... Das Lustige ist, warte mal, das Lustige ist, dass der liebe Gabax, der Typ war, der zu mir gesagt hat, hör doch mal zu, was ich gesagt hab. Hm, wir haben bestimmt schon fünfmal erwähnt, dass wir jetzt gleich zu der Waffenfabrik müssen, weil daneben zweimal Eisen ist. Ah, macht nix. Okay, wir haben aber... Ja, sonst bring ich einfach ein bisschen Eisen mit, haben wir hier. So, nee, nee, warte, wir gehen jetzt gleich zusammen dahin. Achso, folgendes Problem. Um die grüne Zelle herzustellen, fehlt mir Metallstücke. Kannst du machen, doch. Ja. Na, du musst die Metallstücke herstellen. Ja, aber wir haben noch keine. Ja, doch, ein bisschen Zeug ist noch da. Musst du mal gucken, soll ich dir Metallstücke herstellen? Metallstücke habe ich noch vier. Ja, dann stell mir mal Metallstücke her. Wie viel brauchst du denn? Deen für eine Ladung. Deen kleine Stücke, vier haben wir. Also sechs brauche ich noch. Und der Gabax sollte doch mal bitte jetzt demnächst zur Basis kommen, damit wir dann gleich mit ihm spazieren können. Ja, mach ich. Und ich bring ein bisschen Eisen mit. So, Metallstücke sind am Start. Sehr schön. Dann werde ich jetzt mal direkt, sobald ich wieder in die Basisreisung reinkomme. Das Ding bauen, die grüne Munition. Ich kann nicht. Der Augenblick wird von Onkel belebt. Der Onkel belebt das Ding. Belegt. Belebt? Ich wollte kurz vergucken, ob ich die Munition auch bauen kann. Aber die kannst du nicht bauen. Nein, das kannst du nicht. Das ist vorbei mit dir. So, mein Freund. Ja, es wird gebaut. Hold the line, please. Hold the line. Reicht eigentlich eh nur, was wir packen. Kann auch Waffen bauen. Shortwind, Scharschutzgewehr. Nee, brauchen wir nicht. Sturmgewehr. Und das Beste überhaupt, die Hauptbitze mit Laservizier. Bist du fertig? Nö. Was willst du noch bauen? Eins. Beiß Stück, komm. Beiß Stück. Boah, das ist ja gleich viel. Du hörst mal ja vom Eisen hin. So, d'accord. Ja, wenn ich einen mach, dann komm. Ja, passt auf. Kannst du zerlegen und wegschmeißen und kaputt machen, wie du möchtest. So. Okay, danke schön. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich wieder zu euch komme. Ja. Oh Gott, jetzt muss ich komplett über den ganzen Bringen. Dann springen. Ich muss über das Meer schwimmen. Wie über den Wolken. So, ich ziehe jetzt erstmal einen Korndog rein, weil ich hab voll Bock auf einen Korndog. Ich auch. Und lass nur noch Munition für die Pistole. Ach, guck mal. Wenn man eine Waffe in der Hand hat, dann kann man nicht schwimmen, sondern geht bis zum Erdboden, hätte ich fast gesagt, bis zum Untergrund und kann unter Wasser laufen. Und wenn man keine Waffe anhat, kann man schwimmen. Genau. Ja, du weißt doch, dass du in deiner Pistole Gewichte dran hast. Ja, natürlich. Weil diese zwei Gramm da, was du dafür hast für die Pistole, ist natürlich schwer und zieht dich bis an den Grund. Ist ja auch realistisch, guck mal. Natürlich. Deswegen musst du auch, wenn du schwimmen gehst, die Schuhe ausziehen, weil sonst warst das mit dir. Läufst du am Grund. Machst du das nicht auch immer so? Musst du letztens die Boxershirts auch ausziehen und zu viel Gewicht. Natürlich. Immer nackig reingehen. War zu schwer für mich, bitte nicht. Ja, was soll ich sagen, der Onkel steht ganz begeistert vor dem Generator. Ja. Mr. JTG, Onkel? Ja, und ich. Ja, aber ist schon gut, dass das ein Y ist. Ah, ja, jetzt ein Y, du, 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 du. Hehehe, mein ich doch Y. Ja, ich hab mich jetzt versprochen, tut mir leid. Das Y sei ja halt, das war ein Y getarnt als Y sah. Ne, ein Y getarnt als Y. Mein Gott! Oh mein Gott. Erzählt mir mal was. Gewitter, Donner, Hagel. Ich stelle mich jetzt hier oben drauf und guck mal, ob der Gabax irgendwo zu sehen ist. Oder ob der wieder irgendwo im Wasser liegt. Ich werde aus dem Süden kommen. Aus dem wilden Süden. Ach Gott, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach Gott. Ich weiß schon mal gut, dass. Nein. Der wieder. Oh. Gabax. Gabax, schaffst du's? Ja, ich bin auf Milch. Nur mein Ausdauer ist wieder empty. Da kommt der kleine Gabax. Ach, bah. Ich hab's jetzt gerade ein bisschen zerwürfelt. Was? Zerwürfelt? Mhm. Aha. Zerrupft hat's ihn. Zerrupft. Aber irgendwann ist der auch auf Revano, ist der auch aufgefallen, dass mehr Korn-Ox überall verbreitet sind? Ja, stimmt. Das ist wie eine richtige Pest, ne? Überall steht was zu essen. Verbreitet, ist das überhaupt ein Wort? Verbreitet ist ein Wort. Ja. Hat sich verbreitet. Aber verbreiten... Das war mein Liquid, liebe Freunde. Das war kein Furz. Ja, ja. Natürlich. Nein, das war ein... Furz getarnt als Liquid. Ja, sauber, Onkel. Nee, kann ja mal passieren. Mein Gott. Magnesium-Pulver. Ja, mich würde das ja nicht stören. Revano ist ja der da immer rumhielt. Ja, was denn? Das Liquid-Umfeld kann doch mal passieren. Was? Wenn du am Liquid rum bastelst, das kann doch mal sein. Was denn da? Du hast doch gerade gesagt, das war Liquid und nicht, äh, ne? Nicht was? Ja, rumdingst du da. Weißt schon. Was? Was meinen Sie? Ich hab keine Ahnung. Luft raus, Luft rauslassen. Was? Luft rauslassen? Mit Pusten oder was? Ja, genau. Was redest du da, Revano? Ja, also, Revano redet wieder wirres Zeug. Ja, komplett. Ja, das ist, wenn ich hier die ganze Zeit der Basis warte, weil der Gabax wieder, äh, ne? Der wollte erst mal den Planeten ablaufen, einmal joggen, weißt du? Dein Job macht, Revano, dein Job macht. Keine Ahnung, ich mach deinen Job. Der ist einfach abgehauen. Revano, von was hast du denn jetzt geredet? Von welcher Luft? Mann, du hast doch gerade was gesagt. Was denn? Ja, keine Ahnung. Du hast gesagt, das war nicht das und, äh, war dein Liquid. Und dann jammer ich immer, hast du gesagt. Keine Ahnung, was du meinst. Red doch mal Klartext, Mann. Ja, keine Ahnung, was du meinst. Boah, ey, der kann nicht mal, der kann nicht mal das einfache Wort furzen aussprechen. Das ist ewige Gründe. Komm, sag, komm, lass. Rumpf, 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 na, aber das wollte ich jetzt nicht sagen, so, weißt du? Oh mein Gott. Ja, weil du sagst, wie stört das? Ja, klar, ey, du hast einen kleinen Raum da. Dein kleines Brötchen und dann, dann, weißt du, wie ich mein? Würrisch. Was hat denn das mit meinem kleinen Raum zu tun, das ich hier, äh, mit dein Liquid da reinfüllen? Das verstehe ich auch nicht. Das darfst du doch. Ist doch alles okay. Ich habe gesagt, ich habe mein Liquid, meine Flasche, ich habe jetzt hier vor dem Mikrofon, habe ich mein Liquid aufgefüllt und meine Flasche hat gemacht, weil das letzte Rutsch war. Ja, ist okay. Ja, und ich weiß nicht, was da dran das Schlimme ist mit meinem kleinen Raum. Nee, war doch absolut in Ordnung. Der redet echt schnell. Das war absolut brauchbar. Er redet einfach scheiße. Absolut brauchbar. So, da ist dir den Gabax, jetzt kommen wir jetzt. Vorhin 11 Minuten wird es Tag, oh Gott. Na, erst, aber wir rennen jetzt gleich dahin. Also ich habe jetzt, äh, 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 äh. So, gib mir wenigstens 20, gib mir 20, gib mir 20, gib mir 20, gib mir 20, 20 Schuss, 20, wer bietet mehr? 50. Ah, der Gabax ist gleich da, der Kadava-Gabax kommt, wo ist er denn? Da ist er, da rennt er, oder? Da ist er, da rennt er. Was wollte ich da jetzt noch bauen, wir haben jetzt das? 20 Meter noch, 120, 110. Okay, nochmal, da bist du ganz nah. Ich mache jetzt hier gerade total die, ähm, äh, 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 da springt er. Du kannst Jetpack anmachen, da kannst du wenigstens fliegen, da bist du noch ein bisschen schneller. Nicht wirklich. Und du? Boah, das ist aber Stockduster hier. Guck mal, wie schnell ich bin. Wie schnell ich bin. Die ganze Zeit Stockduster sein, ne? Die Kiste hinter mir ist deine Munition. Bom. Gib mir Munition, welche Kiste? Ah, die. Die bei mir liegt. Yes, 20. Ach, du hast jetzt auch den Nahrungsmittel-Dings da gelernt. Was? Unter Base. Was, ne, der war da. Ach, der ist unter Misk. Der war einfach da, meine Freunde, äh, war da. Kam, sah und siegte. Äh. Oh. Wo drunter konntest du den bauen? Nahrung. Ich hab'n Problem. Wo drunter konntest du denn lernen? Ich hab' keine Lippen mehr. Keine Ahnung, der war immer da. Der war einfach da. Der Onkel hat wieder irgendwas, äh, irgendwas nicht zugehört, ihr beiden wieder. Da, was ihr da baut. Ich glaub. Der war einfach da, dann ist doch da was so schlimm dran, dass du was falsch zu versteht. Was ist denn los mit euch? Ach, stimmt. Der ist von Anfang an dabei, ne? Boah, Alter. Ach, nee, genau. Ich hatte den ja sogar, ja, nee, alles richtig. Ich hab' den ja angefangen zu bauen. Mhm. Der war immer da. Ja, das recht. Lässt du mich mal kurz ran, um, äh, damit ich Munition, oder wo ist die? In der Kiste? Ich hab' die Munition in meinem Inventor, aber ich kann sie gerne mal wieder reinlegen. Merkst du das, Onkel? Der Kerbax, der wollte dir schon wieder was andrehen. Hm. Mach der gern. Damit, damit er dich wieder ausschimpfen kann und anschimpfen kann. Lässt du mich jetzt mal wieder ran? Nein, du hast gesagt, ich soll meine Sachen selber bauen. Jetzt lass mich auch meine Sachen selber bauen. Ja, aber wie soll ich denn dann die Ressourcen reinlegen und meine Munition rausnehmen? Ja, ehrlich. Kannst du mir das bitte mal erklären? Das kann ich dir jetzt gerade nicht erklären und ich überlege jetzt gerade. Ich gucke hier den ganzen Partner hin und her. Das ist so geil. Ich gucke jetzt hier auf diese Leuchtreklame mit diesem tollen Diagramm und einer abgebildeten Tastatur und irgendwelchen Schriften, die ich nicht lesen kann, weil sie so stark verschoben sind, dass man sich nicht lesen kann. Ich lese mal ganz kurz vor, was auf diesem Werbeplakat steht. So, Gabax, gut aus dran. War das sehr schön? Ich möchte euch eben kurz die Werbeplakat vorlesen. Da steht Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Schaut doch mal bitte auf jeden Fall bei Onkel Gamer Shack LP auf dem Kanal vorbei oder bei Gabax auf dem Kanal oder bei Rivano LP und wir freuen uns auch über Kommentare. Was redest du denn da? Ich lese, was hier auf dem Werbeplakat steht. Genau, du sollst einfach im Mund halten. Er versucht, den Part zu beenden. Gar nicht, das ist doch gar nicht zu Ende. Nö, eigentlich nicht. Das wollte ich jetzt einfach nur so machen, weil ihr da so rum bastelt und ich dachte mir, erzähl ich mal was Informatives. Aha. Ich habe keinen Stopper. Ich weiß nicht, wie spät wir haben. Kannst du mir sagen, wo ich meinen Sauerstoff aufladen kann? Gar nicht, weil wir hier keinen Sauerstoff brauchen. Wo stehst du das? Doch, ich habe null. Wozu brauchst du Sauerstoff? Dann setzt du den scheiß Helm ab. Hab ich ab. Das ist schwachsinnige Ressourcenverkäuerung, dieses Ding zu bauen. Hm, na gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr Freunde, wenn ihr Kommentare habt, also schreibt mir ruhig drunter. Wir quatschen mit euch. Wir freuen uns drüber. Runter, drüber. Rüber, drunter. Oh, da ist ein... Die Wand ist vollständig. So, seid ihr soweit? Dann können wir jetzt dann gleich auf den Weg zur Waffenfabrik laufen. Dö, 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 dö. Waffenfabrik. Können wir ja auch schon mal auf den Weg und davor machen wir dann Cut. Oh, das wird böse. Jetzt sind alle fertig, sagt du. Soweit, ja. Warum machst du hier so blaue Laser? Was ist los mit dir? Warum tust du das? Weil ich das kann. Ach jo. Ich möchte da hinlaufen, wo es wieder heller wird, weil ich habe Angst im Dunkeln. Da gibt es so viele Monster. 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 So. Er ist ein Monster. Ich würde sagen, dann wenden wir diese Folge hier und gehen wir in die nächste Folge dahin. Ja, dann passt es ja. Gut, ich bin dran. Dann danke, liebe Freunde, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Und nicht vergessen, bei Gabax, bei Onkel und bei Rewanerp auf den Kanal zu gucken. Bis dann. Bis dann. Warte mal. Warte mal. Was? Jetzt. Stopp. Tschüss. Was? Tschüss. Ciao.